Rückenwehe oder Nackenwehe? Ja, Sex. Sex bringen wir weg. Spürst du? Ja, beim Kopf. Ja, besser. Ja, so drei. Spürst du was? Wie viel? Nicht mehr. Halleluja. Dort davor. Kannst du so kennerschmerzen? Halleluja, gib mich mal. Er liebt dich. Der Schwierigste. Das ist Jesus. Du kannst auch Leute heilen. Lässt du einfach vorstellen, wie der Heilige Geist ist? Darf ich kurz fragen? Hat jemand von euch Schmerzen? Rückenwehe oder? Rückenwehe. Rückenwehe. Rückenwehe.